Wissen Sie, wie es Ihrer Maschine geht? Wie produktiv sie wirklich ist? Wir zeigen Ihnen jetzt drei Schritte, wie Sie mit Shopfloor Management mehr Produktivität erzielen und von überall und jederzeit den Status im Blick behalten. Der erste und wichtigste Schritt ist, die Maschine muss ans Netz. Nur so können Sie den gesamten Datenschatz Ihrer Maschinen heben und wegkommen vom Bauchgefühl hin zu tatsächlichen Fakten. Im zweiten Schritt geht es um die Visualisierung der Daten. Mit der digitalen Monitoringlösung von Trumpf bringen wir Status und Analysen automatisiert auf Ihr Shopfloor Board und das nicht nur für Trumpfmaschinen. Im dritten Schritt müssen wir nun diese Information mit allen Beteiligten bewerten und können daraus Maßnahmen ableiten. Wir besprechen Kennzahlen wie Produktiv- und Standzeiten regelmäßig mit Führungskräften und Kollegen an der Maschine. So können wir konkrete Schritte zur Optimierung des gesamten Prozesses erarbeiten. Das ist der erste Baustein für Ihre Smart Factory. Mit dieser Transparenz schaffen es die Kosten zu senken und langfristig die Produktivität zu steigern. Klingt doch gar nicht so schwer, oder? Wenn Sie direkt loslegen möchten, schauen Sie sich auf jeden Fall unsere weiteren Videos zum Thema Shopfloor Management an. Und jetzt heißt es nur noch liken, abonnieren und Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen.